Kollegah hat vor vielen, vielen Tagen schon sehr viele Shitstorms erlebt. Vor allem mit seinen Motivationscoaching-Geschichten hat er schon sehr viele, 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 viele Probleme mit sehr vielen Rappern schon. Kürzlich erst mit dem Bones MC, der sich über Kollegah lustig gemacht hat. Und natürlich auch viele andere Rapper, die das Ganze in die Lächerlichkeit gezogen haben, meine lieben Freunde. Also mit diesem Video nimmt Kollegah natürlich selber sein Motivationscoaching-Programm ein wenig auf die Schiffe und bringt das Ganze in die lustige Schiene, meine lieben Freunde. Also wenn wirklich diese Motivationsgeschichte so aussieht, dann will ich auf jeden Fall unterschreiben. Gönnt euch dieses Video, es ist wirklich sehr, sehr geil und sehr, sehr lustig. Es weckt auf jeden Fall auch wieder alte Erinnerungen bei euch. Äh, was ist denn los mit dir? Salat, Schubb, die Bizeps? Das ist auf jeden Fall die alten Attitüden von Kollegah und Majo, mit denen wir auf jeden Fall aufgewachsen sind, die ein oder anderen von euch. Und ja, gönnt euch dieses Video. Peace and out! Und ja, gönnt euch das Ganze nachschlafen. Joche, kannst es dann auf der Baustelle, muss auch so ein Hamsterlappen ausbrechen. Produktiv und kreativ müsst ihr sein. Die zwei Dinge, mal rein in die Masse, wie so ein Thai-Boxer-Spasti. Rein in die scheiß Masse. Sag ich es dir mal wieder. Was ist denn los mit dir? Jeden Tag. Was ist denn los mit euch? Ja, Freunde, das war's schon wieder mit unserem neuen Video. Ich danke euch, dass ihr dabei wart, dass ihr diese wunderschönen letzten Minuten euch reingezogen habt. Ihr seid natürlich jetzt am Start. Abonniert meinen Kanal, lasst mir ein Gefällt mir da, dass ich noch weiter in den nächsten Wochen schöne Videos für euch produzieren kann. Motiviert mich immer weiter, Freunde. Bisher habt ihr mich sehr motiviert. Ich bin auf jeden Fall sehr krass am Start, sehr aktiv, so wie auch auf Instagram. Dann könnt ihr mich auch gerne verfolgen, ja, meine lieben Freunde. Also, wenn jemand Bock hat, mich mal ein bisschen... Dann könnt ihr mich gerne auf DOWG Original Hacker4U und das 3DL in der Mitte von nicht vergessen. Und dann geht's ab wie bei der Love Parade. Peace and out. Abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da und bis demnächst. RIP TALK